Hallo zusammen, heute schauen wir uns an, wie man mit Blender FBX-Dateien für Unity erstellen kann. Dafür müsst ihr zuerst Blender runterladen. Geht einfach auf die Startseite von Blender und drückt den ersten blauen Button Download Blender 292. Hier könnt ihr jetzt auf dieses graue Feld gehen und die Portable Zip runterladen und speichern. Ein anderes wichtiges Tool, das ihr braucht und das Leben euch extrem erleichtern wird in der Avatar-Erstellung, ist das CATS-Plugin. Gebt in Google CATS-Plugin an und sucht dann nach der GitHub-Seite. Hier könnt ihr dann runterscrollen und hier auf Download hier CATS-Blender-Plugin draufklicken und es runterladen. Falls ihr das gemacht habt, könnt ihr in euren Ordner gehen und einmal die Blender-Datei entpacken. Die CATS-Blender-Plugin-Datei lasst ihr gepackt. Jetzt geht ihr in den Blender-Ordner und schaut nach der Blender-Echse. Ihr könnt sie jetzt einfach ausführen, ohne sie installieren zu müssen. Wenn ihr Blender das erste Mal startet, werdet ihr mit diesem Fenster begrüßt. Das wird nur das erste Mal kommen und dann kommt ein anderes Begrüßungsfenster. Hier könnt ihr jetzt grundlegende Einstellungen treffen. Einmal die Sprache einstellen. Die Tastenkürzel würde ich auf Blender lassen. Wenn ihr bereits mit 2.7.9 gearbeitet habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr die Auswähl-Maus-Taste auf rechts steht und die Leertaste für die Suchbegriffe verwendet. Das sind die alten Einstellungen von Version 2.7.9, mit denen ich auch gelernt habe und die mir das Arbeiten recht einfach machen. Und als Nutz ist das Blender-Dark-Team. Jetzt das Ganze speichern und hier seht ihr den Standard-Start-Bildschirm von Blender. Einfach rechts daneben klicken und dann ist es weg. Als nächstes installieren wir das CATS-Plugin. Dafür gehen wir auf Bearbeiten, Einstellungen und dann auf Add-ons. Dann auf Installieren und jetzt suchen wir auf unserem PC die CATS-Plugin-Datei. Hier seht ihr jetzt die CATS-Blender-Plugin-Datei. Einfach anklicken und dann Install Add-on. Und hier, wenn ihr ein paar Sekunden wartet, taucht es hier auch auf. Jetzt ist es aber noch nicht aktiviert. Um es zu aktivieren, müsst ihr hier auf das Viereck drücken, damit es angehakt ist. Und wenn ihr jetzt N auf der Tastatur drückt, sollte hier ein kleines Fenster erscheinen. Und hier auch der Menü-Punkt, den ihr haben wollt. CATS. So, als nächstes suchen wir uns ein passendes Modell, was wir in Blender bearbeiten können. Dafür gehen wir wieder in den Browser und gehen auf die Seite DeviantArt. In DeviantArt gibt es hunderte, tausende, hunderttausende von verschiedenen Modellen zu den verschiedensten Themen, verschiedene Kleider, die ihr runterladen könnt, mit dem ihr eure Avatare ausstatten könnt. Einfach einen eigenen Account anlegen und dann geht's los. Hier oben links könnt ihr danach Begrifflichkeiten suchen. Die meisten Dateien, die ihr downloaden könnt, sind MMD-Dateien, was für MikuMikuDance steht. Dazu noch ein kleines DL, was für Download steht und wir können loslegen. Ihr seht jetzt eine kleine Auswahl, die nicht so weit geht. Um alles anzuzeigen, müsst ihr auf Deviations gehen. Jetzt seht ihr alle möglichen Avatare und Avatar-Teile, welche ihr verwenden könntet. Das hier sieht doch ganz putzig aus. Wir schauen es an und hier könnten wir es theoretisch downloaden. Einziges Problem, der Creator, der diesen Avatar erstellt hat, hat das an Bedingungen geknüpft. Wann ihr das benutzen dürft und wann nicht. Leider sieht er es nicht gerne, wenn sein Avatar in VR-Chat verwendet wird. Ich bitte euch darum, die Wünsche der Creator zu respektieren. Das passende Gegenstück der Aktion wäre, wenn ihr euch extrem viel Mühe gegeben hättet, einen eigenen Avatar zu erstellen, ihr dann in VR-Chat herumläuft und ein Client-User ihn einfach kopiert hat, gerippt und dann selber wieder hochlädt. Wird euch nicht glücklich machen, oder? Aber seid auch fair zu anderen. Dann suchen wir mal einen Avatar, den wir benutzen können. Na gut, machen wir das anders. Suchen wir mal nach MMD-Mail. Da es sehr wenige gute männliche Avatare gibt in VR-Chat, erstellen wir einfach selber einen. Mehr oder weniger. In vielen Dateien, hier fehlt entweder der Kopf oder die Haare oder Schuhe oder Hose oder so weiter und so fort. Später zeige ich euch dann, wie ihr euch aus den ganzen Einzelteilen selber einen Charakter zusammen puzzeln könnt. Fangen wir uns mal den hier an. Oder den hier. Okay, was haben wir hier? Diese Person stellt keine Anforderungen an den Avatar, also? Nehmen wir sie doch einfach. Zerspeichern. Überprüfen die Datei auf Viren und laden sie in Blender hoch. Dazu drücke ich gerne mehrmals auf A, bis alles orange leuchtet. Drücke auf X und dann lösche ich es, sodass ich den ganzen Ballast hier weg habe. Dann auf Cats gehen und Import Model. Jetzt suchen wir unseren Ordner. Hier ist eine Auswahl der letzten Ordner, die wir auf hatten. Und schaut uns den TDA-Gucopo an. Und hier sehen wir jetzt eine PMX-Datei. Die können wir jetzt importieren. Die Navigation hier ist etwas anders als in Unity. Wenn ihr das Mausrad drückt, könnt ihr um einen Punkt herum rotieren. Wenn ihr die Umschalt-Taste gedrückt hält und das Mausrad, könnt ihr links hoch, rechts runter euch bewegen. Und mit dem Mausrad selber zoomt die rein. Jetzt sehen wir den Avatar. Und das Erste, was man machen sollte, ist auf Fix Model gehen. Okay, danach gehen wir jetzt einen Schritt für Schritt runter. Einmal die Model Options. Viele Teile und viele Bereiche sind oft auf Japanisch. Wenn man das hier sich mal anschauen würde, seht ihr verschiedene japanische Symbole. Die Materialien, die ihr hier aufmachen könnt. Auch teilweise auf Japanisch. Und die Formschlüssel sind auch auf Japanisch. Cats hat einen eingebauten Übersetzer, der die gängigsten Sachen direkt übersetzen kann. Einfach hier bei Model Options auf Alle gehen. Und dann sollte alles übersetzt werden. Hier müssen wir nichts mehr machen. Jetzt zum Eye Tracking. Hier müsst ihr einmal den Kopf als Knochen auswählen. So wie Eye Left und Eye Right. Wenn ihr jetzt hier reinzoomt, könnt ihr mit Rechtsklick das Knochengerüst anklicken. Und dann mit Tab in den Editier-Modus gehen. Wenn ihr jetzt das Auge anwählt, sollte ich hier beim grünen Knochen sehen, wie das Auge heißt. Wie ihr seht, es wurde bereits richtig eingetragen. Dasselbe hier. Eye Right, Eye Right. Wink 2 und Wink Right sind das Blinzeln. Wir gehen jetzt erstmal aus dem Editier-Modus der Knochen raus, indem wir wieder Tab drücken. Dann klicken wir den Charakter mit rechts an, dass er orange leuchtet. Gehen zu dem Formschlüssel hier unten und wählen Wink 2 Right aus, welcher auch hier eingestellt ist. Hier könnt ihr jetzt den Wert einstellen. Und wir schauen uns an, was passiert. Er blinzelt mit rechts. Was für eine Überraschung. Wenn wir jetzt Wink 2 uns anschauen, sollte er hoffentlich das andere Auge machen. Perfekt. Genau das wollen wir doch. Wenn das und das hier jetzt eingestellt ist, die unteren Dinger könnt ihr auf Basis lassen. Jetzt, wenn alles hier eingetragen ist, klickt ihr auf Create Eye Tracking. Und jetzt sollten die Augen für Unity konfiguriert sein. Wir können das Ganze mal starten und hier uns anschauen, ob er es richtig macht. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Stop Eye Tracking und wir gehen weiter. Hier sehen wir jetzt die Visms, die bereits richtig eingestellt sind. Falls sie nicht richtig eingestellt sind, einfach hier reinklicken und das Richtige auswählen. Dann können wir auf Create Visms gehen und er sollte sie anlegen. Jetzt gehen wir runter und sehen. Jep, sind angelegt und jetzt sind wir aber auf dem A. Und er macht die A-Bewegung. Perfekt. Den Rest hat er auch eingetragen. Damit sollten wir alles eingetragen haben, damit es funktioniert. Jetzt tun wir das Ganze nochmal fixen und dann für Unity exportieren. Jetzt beschwert er sich, dass es für Unity nicht optimiert ist, weil es zu viele Materialien sind. Ich zeige euch dann in einem späteren Tutorial, wie ihr die Materialien reduzieren könnt. Aber jetzt exportieren wir es einfach mal und speichert das Modell in dem Ordner ein, wo ihr es auch rausgeladen habt. Wenn ihr jetzt in den Ordner geht und euch die Datei anseht, seht ihr, dass unsere neue Datei bereits drin ist. Jetzt könnt ihr den gesamten Ordner nehmen und es in euer VRChat-Projekt verschieben. Jetzt schauen wir uns das Ganze an und sehen, dass der Charakter hier alle Texturen bereits vergeben hat und es uns das Leben um einiges leichter macht. Jetzt könnt ihr direkt mit dem Video davor anfangen, mit Tutorial 4 und den Avatar für VRChat bereit machen und hochladen. Im nächsten Tutorial schauen wir uns dann die Optimierung der Geometrie an, damit ihr auch im RP mitspielen könnt. Und dass andere PCs nicht wegen eurem Avatar abbrauchen, weil sie zu viele Polygone oder andere Sachen anzeigen müssen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.